Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Vida, anzunehmen bei Burgermurgl, in der ravianischen Tundra, an dieser Position. Soweit mir bekannt ist, ist die Vorquest Winterflossenhandel. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 von Shadowlands. Das Ganze sollte aber euch auch helfen in W.O.D.L.K. Classic. Mein Charakter ist Stufe 60 und kann fliegen, also ihr müsst vermutlich durch das Wasser schwimmen. Und ich werde hier definitiv keine Probleme haben, die Mobs zu töten. Ich wollte euch einfach nicht ewig zeigen, wie lange und toll ich gegen diese Mobs kämpfen kann. Insofern laufe ich einfach durch und dann ist die Quest schnell fertig. Also hier ist das Questgebiet. Können die Mobs natürlich auch looten. Ich glaube nicht, dass die was Besonderes dabei haben. Eventuell durch viel Glück. Und ihr seht, hier in der Höhle sind auch noch diese Moe-Vlogs zu finden. Bisschen übertreiben. Okay. Ich laufe jetzt wieder hinaus. Draußen müsste ich genug von diesen Moe-Vlogs finden. Und es zählen alle dazu. Orakel, Krieger, Total Schnuppe. Da bin ich schon bei 12. Und es fehlen noch zwei. So, fertig. Seht ihr? Ich hätte genauso gut die Quest mit einem Stufe 20er Charakter machen können oder so. Dann wäre ich jetzt vielleicht bei dem fünften oder sechsten Mob. Das hätte noch ewig gedauert. Die Quest ist abzugeben bei Burger-Murgel in der bovianischen Tundra an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.